Herzlich Willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich euch die Fundorte aller 20 Plattformen in Hogwarts Legacy. Zum einen benötigt ihr die Plattformen um das Spiel auf 100% abschließen zu können und zum anderen um ein besonderes Outfit ebenfalls freischalten zu können. Dieses werde ich euch gegen Ende des Videos zeigen. Solltet ihr jetzt schon dieses Outfit sehen wollen, ist es überhaupt kein Problem. In dem Fall geht ihr einfach in die Videobeschreibung rein und klickt dann auf den Punkt Belohnung. Dort könnt ihr euch dann das Quidditch Outfit anschauen. Und bevor ich das Video jetzt gleich kommentarlos weiterlaufen lasse, habe ich noch eine Info für euch. Solltet ihr alle Sammelobjekte in Hogwarts Legacy freischalten wollen, würde ich euch dazu raten, dass ihr mal in die Playlist reinschaut, welche in der Videobeschreibung zu finden ist. Dort zeige ich, wo ihr jedes Sammelobjekt in Hogwarts Legacy finden könnt. Und mit diesen Worten wünsche ich euch viel Erfolg und Spaß mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020